Wegwerfen direkt vor seinen Augen und dann weitergeht. Ja, das wird mir total ruprig geworfen, weil ich glaube. Wie in der Detail. Ah, mein Trabogen, mein Kescher. Im Grand Masier wohnen es, meine Freunde. Habt ihr euch den Rest meiner Sachen gewonnen? No, so der Lortz. Dann werde ich euch den Rest meiner Ausfinden müssen. Boah, sind diese kleinen Dinge aus meinem Kescher. Ich arbeite dort für schwere Zeit versteckt. Ich genühe mir erstmal einen Wein der Taverne, dann kümmere ich mich um den Rest meiner Sachen. Und ich muss ihm nochmal helfen. Sturmgipfel, vielleicht später. Da war vier, vier. Ah, ja, da war vier. So. Uralte Tempel. Schmiede. Da war vier von diesen Stingspunkten. Betäuben war es, glaube ich. Was verwirren? Ne, verwirren. War es schon, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh, hundertvier. Ja, ich will mal einen kleinen Austausch vornehmen. Toll. Ich habe etwas Besseres kaufen. Das ist nichts Besseres, aber hey. Sechs, was hast du da? Fünf. Weg damit und her damit. Das ist vier. Los, da, drei. Oh, das Schild soll ich mal verkaufen, glaube ich. Das ist ja auch schon wieder so. Fettes Schild. Jetzt die Mütze und den Bogen. Die Frage ist jetzt, wo gehe ich hin? Pfff, nö. Ihr habt nur Bild in der Bibliothek. Ist doch scheiße. Ja, wir haben auch den Sturmgipfel. Also, den Texte nicht gelesen, nein. Ach, egal. Los geht's. Hallo, alter Mann. Bier. Ja, ist auf Bier und gearbeitet. Viele arbeiten hier und trinken da ein Bier. Das geht da gar nicht. Aber. Was ist der Gemüste da? Ich weiß nicht. Okay. Easy. Also, fortsetzen bitte. Ich bin dem Tod noch nicht begegnet. Ich bin dem nicht begegnet. Ich möchte ihn töten, aber ohne ihn zu begegnen. Das war jemand für giften. Das passt dann schon. Jetzt noch mit der Axt. Wenn ich erst mal irgendwas runter warte. Jetzt habe ich Rahmen gelesen. Ich weiß nicht mehr schon. Hä? Wie setzen die jetzt was zu essen ein? Ich glaube, das ist was anderes. Double M. Ich hätte gerne mal wieder so ein paar Räume mit Gegenständen drin. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Scheiße, das ist verwirrend. Ich dachte, es wäre betäubend. Scheiße. Jetzt habe ich möglicherweise ein Problem. Glücklicherweise habe ich das, ja. Ich kann den Tornado nicht mehr. Vergiften, was soll denn das? Ich bin mir sehr sicher, man kann Duft vergiften. Ich kann den Tornado nicht mehr anbauen. Oh. Mein erst mal. Eine. Doch so viel. Es ist viel schöner, wenn der Gegner nur einen Schaden macht, als wenn er ein Set nur einen Schaden macht. Party 31, aber... Spaten-Effekte nicht. Man muss also immer noch selbst einen Spaten holen. Wegpacken. Ach, was auch immer. Ausreichend Intelligenz. Man merkt, dass ich keinen Heiler dabei habe. Die machen das Zeug mal nicht mehr Schaden, oder? Nein. Mach du mal. Na, dann geht's wieder. Gab denn das irgendwas? Stärke plus 30? Das werde ich sogar mal nehmen, weil... Oh, und 2er. Das ist schon mal was. Kann ich den Sturmriesen-Anführer, der Konferenz eine Rüstung trägt. Der ist irgendwie klüger, wenn alle Sturmriesen eine Rüstung tragen. Was weiß ich schon von Kriegsführung. Das ist schon mal. Ich schlafe jetzt bitte auch mal. Danke. Was soll denn das? Er hat gar keinen Sp... Was ist das denn? Kein Sp... Was ist das denn? Ich bin ja sowieso ein Rezept da irgendwie... Wirkt nicht wie ein Speer. Wir werden die ganze Zeit fett heilen oder was? Ich hasse das ein Jägeres. Danke. So, was haben wir da jetzt wieder geiles eingesackt? Schon was würde ich hier sagen, ne? Was brauche ich denn da? Ja... Ausreichend stärken, ne? Habe ich da, oder? Alles nicht gebraucht. Und da haben wir noch mehr... Und da haben wir noch mehr... Da haben wir da schön in den Schild... Halt an der Höhe... Nichts zu gebrauchen... Nein... Nein... Alles... Alles... Nein... Oh... Habe ich eins mehr weggeworfen an sich und wollte aber ok... Ich finde es schön, wenn wir die einen Schaden bei Godfrey machen... Finde ich gut... Ist genau die richtige Menge, wie ich finde... Ich bin mir halt ausbalanciert... Das kommt ja gleich, ne? Ich brauche noch mehr Raum... Ne... Brauche noch mehr Raum... Ich brauche noch mehr Raum... Ich glaube, das ist das nächste... Ja, wie bevor... Sehr gut... Ähm... Was ist das... Von... Hm... Ähm... T-3 haben Einser... Ne... 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 Pfff... Pfff... Uweeer sagt nein... Uweeer ist scheiße... Und ich wusste, ich will kurz kratzen... Ach, zuh... Ist auch ne Ansage... Das ist mir auch nicht immer... Hm... Jetzt kann ich schon mal mit denen einführen... Sondern, wo anfangen... ...den vorderen zwei nicht... Da bin mir ziemlich sicher... Priester könnte ich schon mal dabei gehabt haben... Möglicherweise... Hm... 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 Ich bin nicht sicher... Also... Wobei hatte ich schon mal, ja... Wo ich es auch geschafft habe... Hm... Hm... Gute Frage... Nächste Frage... Um... A ganze Menge... Hey plus... 24... Aber... Leider kein Ding, den ich brauche... Aber ich kann die ganze Scheiße weg... Watatis Kru... Ratatis Kru... Watatis Kru... Watatis... 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 Ah, ich höre ihn schön. Mächtiger Speer. Ich packe gleich mal meinen mächtigen Speer. Habe ich mit dem Speer dabei? Ja, das ist bei dem mächtigen Speer aus der... Ja, ja, ja. Vergiften wir es wieder. Dieses Gifthunder-Ding ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Na klar, man kann nicht alles vergiften, aber so generell. Das ist schon ziemlich geil. Und gleich wieder vergiften. Das ist so schön. 111 Punkte habe ich nicht. Oh, ich bin dem Mond dagegen. Ach, schön. Und er explodiert. Der Muskel. Wie Gegner nicht explodieren, ist das Spiel nicht so wund. So, was habe ich denn bekommen? Müll. Müll. Geil. Geil. Müll vom Boss. Es ist hier. Es ist hier. Es ist hier die Freiheit. Egal, ob sich die da fallen schon mal. Was muss du denn? Oh, hm. Ja, was auch immer. Oh, das wund ich jetzt nicht. Es ist gut, wenn man so schnell klickt. Ja, nicht so viel vom Spiel zeigen, mehr klicken. Es ist ja super. Jetzt kann ich endlich am richtigen... Achso. Es muss weniger Feuermarkt sein. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich damit anfangen soll. Vielleicht soll ich mir lieber einen richtigen Job suchen. Ich meine, wir brauchen uns Feuermarkt schon. Ich würde davon betreuen am Feuermarkt sein. Ob man davon nicht leben kann. Ich weiß jetzt, wer von euch beiden hat jetzt... Achso. Beißende Wälder vielleicht später. Mal gucken. Was sind die Alternative zu den beißenden Wäldern? Totenacker. Aaaaaaah. Dein Abenteurer. Wollt ihr etwas? Gutes tun? Ja, ja. Es gibt eine Belohnung. Ihr kippt gierigen Jungspunde. Ihr müsst das Schwert meines einzigen Gefährten Gerrl zerstören. Es wurde in der letzten Nacht gestohlen. Ich habe ein gutes Gefühl wegen dieses Schwertes. Die Klingel tötet ihn ärztlich. Irgendwas. So ein bisschen den letzten Seelensprall zerstören, bevor Gullkind wieder aufsteht. Ich bin verhindert. Es ist eine epische Aufgabe gerüstet. Ja, ja. Sehr gut, jungen Helden. Ich bin sicher, dass ihr das Schwert in meinem Nähe Gewölbe ist. Mit Sicherheit bleiben einige Monster bei Gullkind in Auferstehung vor. Das magische Hammer könnt ihr das Schwert zerschlagen. So dieses Hemd des Lichts aus dieser Welt verbanden. Jetzt geht's los. Wir haben nicht die Zeit. Und wieso hast du das nicht früher gemacht? Nein, ernsthaft. Warum hast du das nicht früher gemacht? Äh. Weil Plot. Plotfen wir den Spiel total löcherlich an. Da braucht wieder mal nichts, was ich da kriege. Da ist nur Müll. Alles nur Müll. Für mich. Komm mal. Hm. 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 Ich bin 70. Das ist halt immer 100%, das ist halt, ah, das ist halt eine sichere Vergiftung. So einen Heilpunkt mehr, das bringt's. Aber jetzt gibt mir das Geld ja eh nicht aus. Treffen wir den Tod vielleicht, den muss ich immer noch töten. Ähm, dann lassen wir ihn da. Sie, drei, vier, 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 vier. Ein Anker. Und tschüss. Oh, das ist aber schön. Ah, das ist Glauben. Ja, komm, Paul, mach mal. Mach mal dein Ding. Hm. Uff, die kann schon weg. Ah, das muss ich leider austauschen. Das war mir schon besser, oder? Ja. Das ist natürlich ärgerlich, aber ich brauche all diese Immunitäten. Glauben die wir giften? Nein. Das wäre ja noch schöner. Wie kommen wir denn dahin? Nicht. Ja. Das sieht doch schon mal nach Schaden aus. Oh, Junge. Mach doch mal nicht so viel. Wow. Gifte hier Gift-Shade. Kann ich die vergiften? Na ja. Hm. 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 Alter, machen die Gift-Shade-Wier-Schaden. Das ist ja nicht mal schön. Das wird mir abschneiden. Das wird mir dringend abstellen. Nein, er ist verflucht. Hm. Hm. Es klappt gar nicht, wenn es klappt. Ah, macht das mehr Schaden? Ist das effektiv? Nein. Hm. Dann kann ich den nicht angreifen. Und den Gift was drin nun. Ich muss damit mal aufhören. Na, also achten Sie, na, sobald er weich ist. Ja. Weich im Kopf, so wie ich. Hm. 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 Ich muss nur noch sterben lassen. Also. Hm. 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 So billiger Scheiß oder alles kann gleich weg. Hm. Ich will ja nicht alles für Skelexiker Blut giften kann? Na klar. Hm. Wird auch irgendwie merkwürdig gewesen. Aber schön. Richtig schön. Merkwürdig. Hm. Schämt. Jetzt schämt werde ich dich. Ha. Oh Gott. Was soll der aufhören? Mit allem einfach. Einfach mit allem aufhören. Das ist ein Witze. Aber noch unschön. Ist einfach nur ungeheuer. Können wir diesen Zombie mal töten? Nein, Gott. Das ist nicht so spannend, der Skelettkrieger. Ich habe noch nichts. Zum Glück. Das ist ja positiv. Knochen. Geil. Noch mehr Knochen. Mehrloser Panzer. Geil. Ja. 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 Ja.